seid gegrüßt meine lieben brüder und schwestern zu fallout new vegas vers 17 und wir sind hier in dem wunderschönen ja ich finde es irgendwie schöner hier weil es übersichtlicher ist also hier diese das ist ja so dieses stadtgebiet hier so ein bisschen und das ist aber wenn man es jetzt mit dem mit den städten in fallout 3 vergleicht also da war in fallout 3 konnte man keine fünf meter weit sehen weil das aber hier ist viel übersichtlicher das finde ich hier etwas besser und ich habe eine schicke begleiterin veronika und ich habe hier so eine laserwaffe irgendwie gefunden da vorne also habe da ein paar umgenietet und die laserwaffe genommen und jetzt war ich da drin das ist so ein wasserkraftwerk anscheinend wasseraufbereitungsanlage und die ist aber kaputt und jetzt soll ich die richten also das ist so eine nebenquest harte zeit plus die ursache der verstrahlung das wasser da drin ist verstrahlt und das wollen wir jetzt die ursache der verstrahlung finden das ist da hinten irgendwo und vielleicht können wir da schnell noch da links vorbei wacheln dann haben wir das auf der karte müssen wir da hinten wacheln irgendwie da das andere dass man das auf der karte dann haben da dieses ding da müssen wir da aber irgendwie rüber also jetzt schauen wir erst mal was das hier ist oder wo das ist oder was das ist da oder wie naja kollegen also ich finde das hier toll gemacht also optisch also besser war also ein motel können wir da rein warte ach das ist da drin jetzt oder wie und da und war ja da kommen wir gar nicht rein oder kommt da rein da steht einer ist der lieb aha 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 camp krause akzeptiert weil jetzt will sie ich aber aha das ist aha aha da kommt man auch nicht rein das ist jetzt quasi der ha des wegas wo wir schon mal drin waren da müssen wir ein bisschen alles anschauen hier da und da was ist da warte da ist nichts nichts mit so sehen da kommt er nicht rein da da steht da auch ein motel aber wieder was entdeckt schau herr warte da ist jetzt alles hier na gut da müssen wir da mal ein bisschen was ist mit dem da was macht der da kommt man da rein oder was ist denn da los hier und war ja hotelzimmer und da ist wieder nichts hoch da liegt einer blöd länder sagen auf der toll da habe ich wieder warte ich könnte schlafen kann man da schlafen ein stündchen da bin ich wieder geheilt hier heilt sich die veronika da auch dann oder wie muss man da oben ist nix oder da kann man rauf gehen können wir alles durchschauen da kann man nicht rein schauen wir schnell da noch da kann man noch rein sehr leichter huch das was haben die für ein schickes bild hier ohne sollen das sein wahnsinns gute schau dir mal die was gibt es denn da waren es was wahnsinniger junkie auch komm was will ich mit dem da aus schau wie schicke bude na gut dann können wir da raus gehen wahnsinn da habe ich da jetzt hier dafür nix und nix und da sind noch zwei da ist es auch schon wieder das sagt mal da ist musik das für ein buch vorkriegs war ohne schau das alles an pinien kerne für was sind die gut worte neben luca cola victory holla die ist was wert oder ja das ist ja und dieses pc ne der geht nicht schrauber bei einem schrauber hier kommt luca cola hallo das ist gut oder das ist immer gut oder und hätte klus ist gut naja man muss ja immer auch ein bisschen umschauen und so ein schloss aufbrechen ist ja auch punkte und alles und gut da haben wir das wieder hier kommt und aber da unten was waren da unten noch das sind jetzt springen dann ist nervig war da nicht noch ein eingang ne da ist keiner mehr oder sagenhaft da hinten ist auch nichts mehr oder ne gut freunde wir müssen jetzt irgendwie da die ursache der verschalung finden noch wei ja das ist da ah ne da können wir da gleich da rüber reisen zweitmal vielleicht können wir da durchwatscheln dann entdecken wir wieder was oder sollte man aber dann wieder abspeichern wenn wir da vorne an der ecke sind ich finde die grafik super schick da schon her also ich finde es schön also gut es ist zwar ein bisschen comic style so ein bisschen aber ich meine es ist sowieso es ist ein computerspiel und was sein was will ich noch mit realistischer grafik da kann ich auf fernsehen schauen wenn ich realistische grafik will gar nicht aus dem fenster schauen und ich finde so ein computerspiel soll ruhig auch ein bisschen so eine drastisch übertriebene leicht übertriebene grafik auch haben also jetzt was ist da drin müssen wir aber speichern wieder mal hier kommen gut da wollen wir jetzt mal da entlang watscheln dass wir da irgendwelche sachen auch noch was ist denn das für ein käse das ist die innenstadt da kommt man nur vorn rein irgendwie und da ist das alles hier was ist denn das alles war ja das sind irgendwelche komischen zelte hier kommen da rein hoch jetzt kommt ein pachtfarmen rnk sind das türen da oder was nicht wissen das kühlschock pacht war ich krieg nö ist da einer wahnsinn schau das an hier das ist wie das äh siedlungsbau in vollart 4 da kann man so dinger pflanzen dann diese weizen dinger da oder was das sein soll das ist die city so ein bisschen rum buch das steht eine was macht der leutnant roman los ich bin kein rekrutierungsoffizier aber wenn sie der armee beitreten wollen kann man ihnen in mccarrn sicher sagen wie das leute war ja bla 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 lassen sie sich nicht aufhalten wollen wir wieder gehen hier wollen sie nun da steht noch ein oder da steht einer die das jetzt morgen blick sie wollen arbeiten ich habe hier irgendwo eine zusätzliche schaufel die pumpstation ist im zustand sie genau genau das ist klasse diese jetzt wieder an die arbeit auf wiedersehen das ist alles alles hier eine soße aha aha gut dann müssen wir dann gehen wir da jetzt mal hin kommen da raus dann blüht das wieder oder das wäre doch schick oder müssen wir da hin wobei ja pumpstation ost das wird wahrscheinlich das sein oder kann man das nicht grüßen aha gehen wir mal zuerst zu dem ding hin aha das ist das haus da hinten oder jetzt wird es wieder dunkel oder wie das wird das da sein kommt da einer oh schau das ist ein paar grafik wahnsinn super und da ist die schwebebahn magnet schwebebahn wahnsinn das haben die schon toll gemacht also hut ab das ist jetzt die pumpstation oder kommt genau das ist die da gehen wir jetzt sein wobei muss man jetzt da rein oder da rein warte gehen wir mal da rein da ist zu ostzistern und bei da kann ich gar nichts machen da kann ich gar nichts machen da kann ich gar nichts machen da kann man aber nix machen na gut dann müssen wir da das ist da vorne dann da oder da da geht es rein oder das wird das sein oder na gut dann gehen wir da mal das ist das schon da gehen wir jetzt rein wobei ja genau pumpstation ost jetzt aber hallo hallo beng so licht unspot aus jetzt schauen wir mal da hola da gibt es was alles ja wo alles steht oh jetzt warte pc ähm äh äh reparatur genau äh äh was muss ich jetzt da das oder das und jetzt sie haben die netzer wieder hergestellt genau aha warnung da schau und jetzt wieder können wir nix machen oder und jetzt aktivieren ja hab ich doch äh keine lex in dieser einrichtung gefunden untersuchen sie bitte externe ursachen äh 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 und jetzt pumpstation da schau mal komm na gut äh ist das jetzt abgeschlossen oder wie warte äh pumpstation ost untersuchen da bin ich doch jetzt oder äh ne und das was ist das für die pumpstation da müssen die auch noch untersuchen warte da geht es noch rein Moment das kriegen wir schon stehlen da ist alles da müssen wir noch rein hoppla aha oh 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 stehlen da ist alles stehlen haben wir das jetzt untersucht oder wie Freunde kann man das mal einer wissen die Kollegen kann man das mal einer sagen Kollegin da kann man nix machen da ist die Kollegen kann ich nix machen hier oder da muss ich wieder aber ich hab da das Terminal was hängt da das Terminal haben wir stehlen das ist alles stehlen Terminal haben wir gehackt dann äh dann müssen wir in das andere noch oder wie ah ach komm es ist dunkel jetzt müssen wir noch in das da latscht einer ah ne warte äh bummstation ost untersuchung das haben wir doch da muss ich jetzt da vorne nochmal rein oder wie ne oder gibt es da noch einen anderen Eingang komm boah ist das schick ja schon her boah da waren wir schon drin aber ist da jetzt was anderes drin muss ich das Ventil aufdrehen da oder wie trinken da kann ich nur trinken ach aktivieren was jetzt sauber komm jetzt haut's hin oder ah ne ja komm aktivier halt geht nicht geht nicht gibt es nicht muss ich das tausendmal machen oder wie ne äh geht nicht und das Ding ist kaputt äh da einen Schalter oder so gibt es da da raufsteigen ne komm ah kommt nix raus muss ich jetzt in das andere noch gehen wahrscheinlich oder äh muss man noch in das andere gehen das da muss wahrscheinlich noch rein oder so einen anderen Eingang hat das ja nicht oder Mensch äh da geht das die Leit ui das ah ne der Mondschau ist das süß der Mond sehe ich schon wieder diese Leute ähm da geht auch das Rohr sonst ist da kein Eingang gell da geht das Rohr hin irgendwie da müssen wir in das andere noch gehen wahrscheinlich da rüber da da rüber irgendwie da hinten latschen welche oder wie naja sind die lieb schauen wir mal dann sehen wir es schon da unten die müssen wir da hinten auch noch warte ich will jetzt schnell wissen was die da unten machen ne das sind Liebe da brauchen wir nix machen aber die haben wieder eine Nebenaufgabe oder so warte schauen wir mal was die machen was macht der da der sprechen aha ich bin jetzt eher ein K-Soldat oder aha na gut jetzt gehen wir da zu dem anderen Ding hin da das da das ist da in den Bergen oder wie komm oh Gott das ist da am Berg oben oder wie ach du scheiße komm wie komm ich denn da rauf muss ich da jetzt einfach rauflatschen oder scheiße oh 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 unglaublich jetzt gehen wir gehen wir da einfach rauf oder sind wir jetzt nicht richtig da oder komm da rauf gehen jetzt kommt gleich wieder irgendein Vieh uh jetzt kommt ein Vieh oooohh schau das an boah boah gut aha da links ein bisschen aufregendes spannendes Spiel Wahnsinn Kaffeepause ich halte das gar nicht aus hier jetzt weiß ich nicht wo ich muss ei 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 da links oben oder da lang ah jetzt kommt einer oh viele viele böse oh ne böse gold deco oh 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 hoppla kommen noch paar oh 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 hoppla hm hm ganz viele hier kommen die erst alle beseitigen hihihi huch ganz hoi hihihi hm hm noch einer jetzt habe ich keine Aktionspunkte mehr der hängt fest hahaha sehr gut der hat sich festgehackt hm hm komm her ha der hängt da fest witzig oh jetzt kann ich den gar nicht erschießen oder wie weil der da fest hängt da drin die hängen da drin fest komm komm den kann ich gar nicht schießen äh 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 muss die veronika machen komm ah die hängen da drin ich glaub's nicht die hängen hoppla veronika oh das ist radioaktiv dann gehen wir da weg äh 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 da sind noch kollegen komm holla das ist so ein gewehr hier hoppla jetzt aber wo müssen wir jetzt hin freunde ach das ist die ursache der verstrahlung oder die ursache der verstrahlung finden ja hab ich und was soll jetzt da machen freunde links neben mir ach da drin oder wie na warte das ist da drin äh au ah das was wollt das ist da drin oder wie ah das ist die ursache oh scheiße da muss jetzt speihern warte 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 veronika wo ist die veronika ah da jetzt müssen wir speihern das ist verstrahlt die scheiße ah das ist die ursache der verstrahlung da muss ich jetzt rein oder wie hm ne warte ach ich drücke immer das falsche warte also da müssen wir rein direkt da vorn das ist der eingang da ah komm aufgaben die ursache der verstrahlung finden das ist da drin das gespeichert habe ich gell jetzt gehe ich da rein haha scheiße da ist es aber relativ ist es da drin was hätte ich denn da sonst machen sollen mit der verstrahlung nur wie kann ich denn die beseitigen beseitigen äh ich muss ich wieder raus oder wie ach komm und genau oh ach komm Hilfe! Ist das jetzt die Ursache der Verstrahlung oder nie? Was muss ich denn da machen? Oh, der ist aber... Aschehäufig. Ah, Scheiße, da ist es aber Strahlung. Jetzt haben wir aber die Ursache der Verstrahlung. Ach du Scheiße. Wollte ich abschießen oder wie? Sprengen, abschießen. Ach, Scheiße. Jetzt bin ich hier aber tot und gleich oder wie? Oh, warte, das ist hier strahlzauer. Aha! Oh, nee. Hier strahlt es aber, Freunde. Was soll ich denn da machen? Kann ich das nicht abschalten oder irgendwie oder ausschalten oder umschalten? Netz? Oh, komm. Wo bin ich denn hier? Ach, schon wieder hier alles. Oh, komm. So laufe ich mich da drauf. Die Ursache der Verstrahlung. Ah, da ist sie irgendwo. Jetzt warte. Kann man das da einschalten, abschalten, umschalten, richten? Muss ich das da richten? Komm. Ah, da. Oh, nee. Oh, oh. Da ist alles Strahlung, Freunde. Ah, 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 ah. Muss ich jetzt da rein gehen oder was? Was ist denn das für ein Knopf? Da, komm. Ah, ich strahle. Muss ich da rein gehen? Ach du Scheiße, jetzt bin ich in so einem Scheißvolt drin. Ach du. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da strahlst. Oh, nee. Ah. Ich muss das irgendwie abschalten. Scheiße. Ah. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da geht's runter, oder? Oh, ich strahle, ey. Okay. Oh, oh. Was soll ich denn hier machen, ey? Oh, Scheiße. Ich bin gleich tot, wahrscheinlich. Muss ich da runter, wahrscheinlich, oder? Oh, nee. Nee, oder da rein. Ah, hoch. Der steht da. Der steht da. Und dann auch. Wo rennt denn die Veronika? Durchsuchen? Au. Warte, nee, ich muss den durchsuchen. Chat. Und dann hat der einen Schlüssel, oder so. Warte. Müssen wir jetzt einfach weiter runter, oder? Komm. Ach du Scheiße, jetzt bin ich in so einem Ding drin da, wo ich drei Jahre umsuchen kann. Ach du Scheiße. Mann, Mann, Mann. Jetzt kann ich drei Jahre umsuchen. Aber jetzt weiß ich ja keine Sau hier. Willst du so einen Lift benutzen, oder irgendwas? Ach du. Scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt komm ich. Da kann ich jetzt sein, aber... Ist da ein Lift? Tür. Ach, Scheiße. Was soll ich jetzt hier machen? Ah, ich brauche einen Dreckschlüssel. Ähhh. Veronika. Ach komm. Ähhh. Schlüssel, ich brauche einen Dreckschlüssel. Scheiße. Ach komm. Ich brauche so einen Drecksschluss hier. Wo kriege ich den? Der hat den, oder? Irgendeiner hat den. Patrone, Patrone. Ja, nee. Jetzt bin ich gleich tot. Da ist ein See. Warte. Wasserrösen. Mensch, ich brauche den scheiß Schlüssel. Oh, komm. Wo kriege ich jetzt den Drecksschlüssel her? Oh, komm. Entschuldige, wenn ich jetzt mal nichts sage, ich brauche den scheiß Schlüssel. Ich brauche jetzt den Drecksschlüssel. Ach, komm. Ach, komm. Da komme ich in drei Jahren nicht durch. Ah, nee. Jetzt mag ich nicht mehr. Raus komme ich auch nicht mehr. Ach, du Scheiße. Ach, da. Wo geht es denn da hin? Ach, du. Ah. Oh, jetzt bin ich tot. Warte. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich tot, oder? Hä? Da oben ist es jetzt. Das reicht fürs Erste. Äh. 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 Ach, komm. Scheiße. Jetzt schaltet mein Fernseher an. Ach, komm. Ach, komm. Ich brauche den Drecksschlüssel. Ah, jetzt bin ich tot. Gleich bin ich tot. Komm. Wo ist denn der Drecksschlüssel? Ah, nee. Ah. Was ist denn? Da liegt doch irgendwas. Scheiße, ich bin tot. Da bin ich da reinschwimmen, dann bin ich tot. Jetzt warte ich mal auf dem neuen Ding. Da waren wir noch draußen, ne? Speichern. Und wenn ich da reinspeicher, reinschwimmen, Wo komme ich denn da hin? Nirgends. Ah, nee. Da komme ich nirgends hin. Ah, du Scheiße. Ah, nee. Jetzt bin ich tot. Was soll ich denn da machen? Ah, jetzt bin ich tot. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir eine halbe Stunde gespielt. Ich komme ja nicht weiter, Freunde. Was soll ich denn da machen? Die Ursache der Verstrahlung finden? Ja, da bin ich schon dabei. Das ist die Ursache der Verstrahlung. Ah, warte. Da ist was. Da ist irgendwas. Toll. Ach komm. Das Ding da. Irgendwie. Was ist da jetzt? Was ist da jetzt? Hm. Hm. Ich brauche den Drecksschluss da. Und wenn ich da runter gehe, soll ich da wieder. Ach, da finde ich kurz wieder unten, oder? Da drin drin lassen. Mhm. Mhm. Waren wir da schon? Da war ich schon. Ach du Scheiße. Hä? Äh. Ich schätze, ich muss da doch irgendwie durchtauchen, oder? Ja, komm. Da waren wir auch schon. Da ist... Was ist da? Da ist nix. Da? Warte, da. Da war ich schon. Da? Warte, da. Ach komm. Da waren wir schon. Ich brauche den Scheiße. Ich brauche den Drecksschlüssel. Pause. Äh, Freunde, jetzt schalte ich mal ab. Und wenn ich da nix finde, dann laden wir den alten Spielstand und machen draußen weiter. Okay, also, bis gleich. Tschüss.